Ich stecke ja auch gerne irgendwelche Sachen in Löcher rein. Cool. Hier sind wir nämlich nicht lang. Ja, aber warum tun wir das dann? Okay, hier ist es komplett unnötig. Das ist der Rückweg. Ich habe gedacht, das wäre wieder ein geheimer Geheimgang. Meine Lurschaugen haben gezuckt. Das ist der Rückweg gewesen. Wo soll ich das wissen? Ja, Erinnerung? Nein. Ich habe nur Lurschaugen. Ja, musst du breitsamer Honig essen. Er steigert die Potenz und die Intelligenz. Aber, Witcher. Ja, der Helle. Hier ist übrigens auch ein Loch, ne? Und ein Loch ist dafür da, um zu stopfen. Okay, Schultz. Wo ist es jetzt hingeflogen? Ja. Du kannst es vermutlich nicht die Leiter nehmen. Du musst... Das ist Teamarbeit, würde ich jetzt mal sagen. So gehört sich das auch nach acht Stunden aufnehmen. Okay. Ich bin zu blöd dafür. Das Ding benutzen soll. Es wäre Sachen reinzustecken, ne? Oh ja. Tief. Okay. Stimmt kommt am Ende eh nur Scheiße dabei raus. Plus zwei Feuerrate. Ohne ein Minus. Das ist schlecht. Oh, hier geht es auf jeden Fall nicht lang. Dann war es nur dafür. Echt jetzt? Hä? Da hätte ich auch nicht mitkommen müssen. Ja. Ey. Das ist doch langsam mal... Wirklich. Wie? Es reicht. Genug ist genug. Was machst du? Ey. Ich habe nichts getan. Hä? Hä? Diese Anziehungskraft davon. Hier waren wir doch schon mal. Nein. Hier müssen wir jetzt lang laufen. Achso. Siehst. Oh. 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 Hm. Gaff. Hier ist Zeug. Ich müsste kurz nachdenken. Da war irgendwas, was auffällig da aussah. Auffällig sah aussah. Mhm. Okay. Wir müssen hier hinten durch die Tür. Er geht dir nicht aus dem Weg, John. Er ist nur verängstigt wegen dem letzten Mal. Diese Nebenmission, Mann. Ah. Gerichtetes Ejectionsfeld. Das haben wir doch schon. Ja. War. Hä? Oh. 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 Ah. Verdammter Kacke, Alter. Oh mein Gott. Da hast du jetzt auf mich gesprungen. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es hin? Hinter dir. Ich glaube, es ist zerfetzt. Bei mir. Aua. Junge. Heil dich doch mal. Ich bin fast full. Sonst kann ich nicht ohne, ähm, ohne schlechtes Gewissen den Raketenwerfer auf dich schießen. Fuck you. Isaac. Reden Sie mit mir. Geh weiter, John. Die Bank hat noch nicht angefangen. Okay. Hier lang. Nee. Oh lang. Okay. Wow. Hat sich wieder richtig gelohnt, hier hinzukommen. Das ist doch traurig alles hier. Das ist, das ist, das ist belastend ist das. Oh. Was ist das denn? Alter. Ich krieg. Echt, das ist doch zum Kotzen. Mit diesen Fahrstühlen. Uuuh. Alter, wir spielen dann einfach schon den ganzen Tag Dead Space, ne? Wir haben schon 18.42 Uhr. Und ich hätte eigentlich noch Straße gehen sollen. Egal. Oh Gott. Oh. Oha. Hä? Was ist das? Was sind das für Dinger? Ah, ein Affrikader läuft auf dich zu. Ouh. Ouh. Hilfe. Hilfe. Ich bin gerade selber am struggeln. Ah. Die wollen mein Met. Mach das, ne. Tschuu. Das hab ich jetzt nicht mitgerechnet gerade. Da muss man sagen, du hast ne geile Nebenmission, die hat sich gelohnt. Die war für n Arsch, weil die. die war richtig richtig für ein arsch ein bisschen wie so ein bad plug das hört sich nicht gut an doch sicher ja ja siehst du es so hören sich hentai pornos an du gehst übrigens mitten in den gegnern ja ja also was ist das denn ist auf seinen buckel ist der ekelhaft der ist unsterblich glaube ich runter und auf seinen buckel schießen leh oh oh ah von hinten Big time Bäh Wieso sind sie da nicht mehr so ekel erregen Au Jetzt kommen wir noch Afrikaner Reicht jetzt langsam ne Geht mal lieber zu Kölner Domplatz An Silvester Reicht jetzt ne langsam Alter heil dich Ja ich hab eh zu viele Mandy Packs Oben noch Weg Okay Situation geclared Ich bin full Warum haben wir Sauerstoff Wieso haben wir Sauerstoff Achso weil hier Gift ist Hier mit Heil Funktion Hier oben ist alles wieder gut Ja ja das war ja nur da unten ist ja dieser Grüne Rauch Alles klar Ey Was haben wir denn hier Vor allem Achso ich dachte das andere wäre auch ein Fahrstuhl gewesen Direkt da oben Das ist so traurig Einfach der Fahrstuhl Simulator Ach man Wir sind wieder da Oh Da hab ich wohl wieder ein Geheimnis gefunden Ja oder einfach eine Tortstange reingesteckt Anal insertiert Ja Mal gucken ob sich das gelohnt hat Flammenwerfer Aber naja Wer weiß Vielleicht ist der ja mal besser Aber Wirklich schnuff das Rezept Ja das ist jetzt für ein Arsch Die waren ganzig Wolfram verschwendet Das war auch noch da drin anscheinend Okay gut Flammenwerfer Wo ist der denn ganz unten Ja Nahbereichs Flammenwerfer mit Brandgranaten Cool cool Ähm Wir gehen In den Safe Und verkaufen Dase Pakete Und dann Kaufen wir eine neue Torque Stange Hast du jetzt endlich mal genug Wolfram Nein Immer noch Ich brauche halt echt viel Oh Erstmal Heimis setzen Upsala Jetzt hab ich einmal zu viel F gedrückt Jetzt zusammen muss ich wieder an den Stand Ich lisch bitte irgendwo hinsetzen Oh oh Ich hab ganz viele neue Waffen freigeschaltet Die ich bauen kann Ich kann jetzt eine Schrotflinte Und eine Energiekanone Und einen Flammenwerfer Könnte ich jetzt direkt bauen Oh Aber Wolfram halt ne Ich könnte identifizieren und zerstören bauen Lel Verzweiflung Eine Maschinenpistole plus Magnetripper Das Ding hat eigentlich mega gute Werte Aber Aber Wenn du eine davon baust Müsst du halt wieder direkt weg von deinem 250 Ja das ist halt das Ding Bin immer noch zufrieden mit den Waffen Irgendwie Das ist eigentlich fast nur meine Pistole Was genau Machst du dann Nichts alles gut Ich glaube ich hab genügend Ich kann den Einschüchterer bauen Dann Uff da da Ich guck nochmal lieber aus Vorsicht Ob das wirklich das beste ist Aber Ein Galvaniseur Plus Schrotflinte Mit jedem Schuss Feuerschaden So Ich guck lieber vorsicht Mal bei mal Waffen durch Das Ding ist halt auch mega gut Aber das ist irgendwie Irgendwie sieht mir da was Scheiße dran aus Ja Maschinenpistolen Eigentlich Ne ich mach den Einschüchterer So Herstellen Yo 650 Jawohl Endgame Waffe Ja das ist also wirklich Also es gibt Das ist halt Keine die mehr Wolfram benötigt Geil Ich hab jetzt noch zwei Wolfram Alsuppi Äh Schwerer Literarm Alter Upgrade platzieren Acht Stück einfach Alter Ist jetzt nebenbei Ein Low Carb Würstchen Okay ich glaube Ich hab tausend Schuss Ja ist ein MG dran oder was Aja Gut Ah Ein Salzen Das find ich noch besser Und was macht die Leertasten Schuss Ups Oh Das ist in der Schrotflinte auch noch dabei Alter Ja ähm Ja ähm Endgame Waffe würde ich sagen Dann mal weit da Dann kannst du mir jetzt den Arschuh der Freihalten Ja Die Schuss Und dann muss ich mich noch mal Aber Ich befehle mich für die Aufmerksamkeit Ich bin Waffe Und dann die Schuss Ich bin